Oh, was ist passiert? Du hast mich belogen. Ja, mich. Die ich dir die besten Krapfen der Welt mache. Papa? Nein. Oh nein, sag mir nicht, dass Papa das... Hat Papa erfahren, dass ich... Dass Papa etwas erfährt, ist das Einzige, was dich interessiert. Dass Papa etwas erfährt und ich bin nicht wichtig. Nein, Olgita, klar, doch ihr sicher bist du richtig, natürlich. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als du da im Fernsehen aufgetaucht bist, du mit diesen Leuten gesungen und getanzt hast. Du hast recht. Ich hab Papa belogen, ich hab dich belogen, ich hab die ganze Welt belogen. Nein, nicht die ganze Welt, nicht die ganze. Kanji hast du nicht belogen. Und Ramayu, diesen unverschämften Ramayu, den hast du auch nicht belogen, aber mich schon. Das war ein Fehler von mir. Was kann ich jetzt machen? Weißt du, was du machen kannst? Nein, sag du es mir, bitte. Nie mehr zu singen aufhören. Hör nie mehr auf zu strahlen. Hör nie auf, diese Magie weiterzugeben, die du in dir hast, mein Liebes. Das hast du alles von deiner Mama geerbt. Und heißt das, dass du das nicht Papa sagst? Nein, mein Liebes. Ich werde kein Wort sagen. Ich bin keine Plaudertasche, wie Ramayu denkt. Oh nein, mein Herr. Oh mein Herr. Oh my Herr. Wie mein Herr. Oh mein Herr. Och mein Herr. Oh.